Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar wird das das letzte Mal sein, dass ich jetzt auf Deutsch rede, weil ich beschlossen habe, für internationale Videos und Collaps Englisch zu reden in meinen Videos und nur die Videos, die zu Hause in Deutschland passieren, auf Deutsch zu machen. Das macht es mir einfacher, mit den Leuten hier zu reden und mit anderen YouTubern ins Gespräch zu kommen, ohne dass es irgendwie weird ist, immer wieder die Sprache zu wechseln und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit diesem Video, denn es gibt gleich coole PvP-Action. Wir sind ein cool Battlefield on the ground und wir werden ein paar PvP machen. Wer ist wir? Ich habe ein fellow Spieler und ein starting YouTuber namens Ho-Wo und er ist aus Korea und wir wollten ein paar PvP machen und filmen zusammen. Have fun! Was in your hands, Pokemon! Musik Das war's für heute. 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 So, so, as you just saw the battle, I want to introduce you to my opponent. He's from South Korea and its name is Ho. Hello, we met today in the hotel lobby and we met today in the hotel lobby and luckily we thought it's good to do some videos together. Yeah, why not? Yeah, I hope you had fun watching us battle and as much as it hurts, that's all for today because my camera is going to feint soon and yeah, so just enjoy this little view on the venue again and we'll see you tomorrow for more Pokemon Go. It's the master plan. It's the master plan. It's the master plan. The power's in your hands. It's the master plan. 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 I'm undefeatable from the soul.